was in Sonnabend war es kann ja wohl die wechseln oder so keine Ahnung und schaue das ist ein Kretan ist da denn ein Tor Schock ja und es geht doch so und ach kommt ich so Dankeschön Schuss Heinz findet TM 46 St ich weiß gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr was man da ach das wollte ich doch gar nicht was kann man denn hier vorne mit der Leiter erreichen ach hier ist noch so einer ist doch auch mal schön immer schön Trainerkämpfe das macht mir Spaß wenn das jetzt wieder hier mit seinem Sandvöbel und so kommt ach komm wunderbar ich werde jetzt einfach mal das Pokémon wechseln Klaus reinbringen ja komm auf mit einem Routenschlag nochmal Karate Schlag ja nochmal Karate Schlag oh jetzt ist es nicht mehr sehr effektiv na toll jetzt hat mich mich oh nein mal eben schnell das Pokémon wechseln und tschüss Beutel jetzt sollte ich länger mal mit meinen Tranks ein bisschen nicht so verschwenderisch umgehen hoffentlich liegt da vorne noch ein Trank Heinz hat Sternenstück gefunden was bringt mir denn ein Sternenstück lieber Herr Blackfire Club ein Sternenstück mhm du keine Ahnung werde ich nachher vielleicht mal googeln ich weiß noch nicht ich nachher noch googeln werde so nö ab so jetzt bin ich ja voll und ganz für dich da ist auch schön naja du warst noch grad schon fast draußen warum bist du jetzt wieder so weit drin weil ich noch mal alles geguckt hab deswegen oah jetzt nerven wir mal hier die oah da will ich gar nicht rein nein fickt euch geht alle weg oah man ich brauch mal unbedingt so einen Top-Schutz das macht das ist doch immer schön viel besser oah wie mich das aufregt ich nehm jetzt meinen Turbo-Träter vielleicht bringt das irgendwas nö nicht wirklich erhofft 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 A da ist in die Grenzen wir hoffen dass diesmal am Sonntag was geht ja das kann man kurz das war so geil so kommt das mal kein Racing-Need-Grenner so der Markt ist es ja auch da guckt ja auch zu normalerweise weiß ich nicht und ja war schon ein bisschen scheiße das Trash ich habe zu retten letztes Video ein bisschen rechtzeitig hoch weil wenn es jetzt nach so doch hochgeladen wird dann naja egal erzähl mal weiter Trashar war dann ja hat er so gesagt ich komme nicht ich komme nicht ne und naja 20 Minuten wo eigentlich der Server gestartet werden sollte war dann auf einmal da und da hatte Payson gesagt nö und dann ja war das alles abgeblasen das geilste war ich habe in Skype noch gesagt zu Patty passt auf zuerst er kommt noch wir sind heute ein bisschen später was ist wir fahren gerade an mit unserem Netzwerk du Geld da und ich kriege ein Schluck auf um eine nachts oder keine Ahnung wie flogen abend sehr schön und ja das ist so ich bin ich voll draußen scheiße scheiße jetzt habe ich meinen na super komm dafür wirst du büßen na super ich glaube bei ich werde noch eine Pokémon Edition jetzt wirklich let's play also ich weiß noch nicht wie viel ich mache aber ich werde auf jeden Fall denke ich mal noch eine danach machen ich habe irgendwie Bock auf Pokémon momentan da ich denke ich mal mit Teigschau und ne das ist nicht so nein fick dich mit deiner Giftfeuer hier weg um auf jeden Fall auch rot machen blattgrün und feuerrot die war da ich die DS-Version nun ehrlich gesagt ich hab mal eine Lose DS-Version angezockt der Diamant gehabt original für DS habe ich auch nicht nur hat nur ein Teil mit Perl ich hatte Diamant Kratzer so glaub ich ach keine Ahnung ich hab's auf jeden Fall an zwei Tagen durchgespielt hat und danach war mein DS weg verkauft ja den Bock mehr gehabt was haben wir denn hier noch für das Dummfus hier oder soll ich am meisten gehasst Heinsat Gegengift wenn ich gerade so vom Item stand und dann auf einmal kam ja Pokémon so gut wie viel ja toll das einzige hallo was macht ihr denn hier ein Schlag von Rohrgewalt mit historischem Veränderwürgeln wenn es drauf ankommt Megaheap eine ultimative soll ein Pokémon diese Attacke erlernen die sagen kann nur ist das denn auch welches Pokémon soll Megaheap erlernen ähm Megaheap Klaus Klaus für welche Attacke denn ich denke mal er Peter für diese eine Rotz-Attacke da mega kick Das wäre perfekt beides für Mankey Äh, welche denn? Für Kratzfury, das andere für Kratzer Aber ich möchte eigentlich auch mal Peter eine so geile Attacke beibringen Und Peter kriegt von mir mega Heap, so Ich sprüge lieber nicht vor, weil dann mache ich wieder irgendeine Scheiße So, und zwar für Ja, doppelt Äh, Donnerwell meine ich Vorne ist wieder ein Item Heinz findet Brüller Ich hasse diese ganzen Scheißattacken, die einem nichts bringen Weiß ich nicht Was gibt es denn hier so für Pokémon? Achso Ich finde ich jetzt auch noch mal eine Geschichte Das ist so heftig, Megakick Jetzt gehen wir aber erstmal ins Pokémon Center Oh, komm hier Ich habe mal Kratzer mit uns, Tschüss Sonst wäre ich gleich noch ins andere Pokémon Center Deswegen schnell ins Poké Center Ja, danke schön, Tschüss Hier in der Arena ist, glaube ich, Missy noch nicht Mal müssen sie da nicht sein Doch Doch Aber wir machen trotzdem erstmal da hinten Vielleicht erstmal einen Kampf gegen, ähm, ja Gegen... Und auf der Narrenbrücke Gustav Haben sie hier das Sonderbombom weggenommen? Ich glaube schon, weil das hier alles nicht mehr so ist, wie es mal war Die sind doch Arschlöcher Nimm dir da erstmal das Sonderbombom weg Für Insider Ja, hallo, dankeschön, hallo Ja, wunderbar Dankeschön Ach, jetzt habe ich auch noch das als erstes, super Na, egal, dann mache ich das halt Oh, komm, hör auf mit deinem hässlichen... Ja, los, verbiss dich Ja, auch für Schick ist das Oh, was mache ich denn? So Ich sprühe jetzt nicht mehr vor, so Weil das ist schön einfach und... Hallo Das muss viel mehr Schaden dadurch kriegen Abra, das kann doch eh nix, oder? Ja, nee, Abra kann ja eh nix Kann sich nur teleporten Das bringt hier nix Nein, so, komm hierher Ratz, Ratz, bin auch noch schnell tot Oh, Pech gehabt Und tschüss Ja, du bist ganz ein toller Ja, schön, dass du Du tust mir leid Nein, wirklich, du mühst dich immer so ab Darum will ich dir einen Gefallen tun Schenke das hier Wat? Packt Ruhm-Miss-Datei Wie du, ist das immer für dich geschaffen Ich brauche das nicht, da ich für mich In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich Wat ist diese Ruhm-Miss-Datei, oder was auch immer Bringt mir das Geh du mal in deinem Beutel, da steht doch bestimmt eine Erklärung Das kann sein Nein, Pokémon nicht Doch, erstmal, da kann ich ja nochmal Dings hier nach vorne verschieben So, Beutel Da steht bestimmt eine Erklärung Ein Gerät, das dir Infos über wichtige Personen Die dir begegnen sind, ins Gedächtnis ruft Heich, Sarah Rocco, Misty, Bill Ja gut, das Brauche ich glaube ich gar nicht Aber gut So, hier ist der erste Kino, hallo Was machst du da gerade mit deinem Mikro, frage ich mich Ich? Ja Gar nichts, ich sitze nochmal Warum? Irgendwie war da gerade so ein So ein, weißt du, so ein störendes, als wenn man am Mikro kratzt Und ich sitze nochmal hier rum Gut, dann, warte mal Immer noch? Ne, das ist schon, war nur kurz, also weiß ich nicht, irgendwie nö Sehr, sehr komisch Level 19 Ja, ich brauche auch ein neues Headset Das stimmt Ja, ich mach mal eben noch das Pikachu auf Level 19 Also mein Hans Das ist glaube ich So weit haben wir die zwei Stunden aufgenommen Bald haben wir zwei Stunden Ja Wir haben, wir haben mittlerweile Halb eins Uiuiui Na ja, 20 20 nach 1 20 nach 12 meine ich Und Schiss So Ja, kommt hier der Nächste Ich mache die Erde fertig, weil ihr alle schlecht seid Weil ich Mega-Heap als neue Attacke habe Und das ist meine Lieblingsattacke gewesen Nein, ich möchte jetzt nichts Oh ja, wunderbar, Rittern, du bist eklig Rittern Oh, komm, das tut mir lange mit den Fingern weh So, jetzt kommt Klaus noch Auf Level 19 So Mach ich den überhaupt für So Ich bin Klaus Sieh verdammt gut aus Klaus sieht doch verdammt gut aus Einfach nur cool Oh, oh, oh Klausi Klausi Mein kleiner Klausi Bär Ah toll, Klausi ist vorbei Da er sich durchaus verletzt hat Ich hätte ihm mal das Gegengift geben müssen, was ich habe Es hat sich ausgeklaucht Weil jetzt können wir einfach zurück zum Pokémon-Zender gehen Weil das ja relativ schnell geht Und Vorspulen und so Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt so rendere Nein, Schatz, ich weiß noch nicht Ich weiß noch nicht Ich glaube, ich rendere es nicht in HD Das bringt nichts Pokémon in HD Ich glaube, das bringt nichts Ich werde es einfach so in der Qualität drinnen, der ich es aufnehme Ach nee, ich nehme es ja in Full HD auf Ich will nur noch mal Renner Pokémon einfach in Full HD, warum nicht? Das werde ich hier an den Namen Weil ich jedes Video bei mir erinnert Partie angegeben habe Wied auch Pokémon in HD kommt Oder ist bei mir in HD Ich werde kein Mitglied von Team Rocket bis behindert oder so Das kann man gut von mir und dann ist vorbei Komm, noch mehr Komm, noch was So was von Lager Komm, hier, komm Ja, noch mal gut und tschüss Der Wali dürfte doch jetzt auch noch fertig sein Bei Wali weiß man nie Oder nimmt er heute mal ein bisschen mehr auf Ich habe letztendlich mit ihm zweieinhalb Stunden Minecraft aufgenommen Jetzt sind wir zweieinhalb Stunden an Pokémon dran Warum nicht? Jetzt habe ich immer direkt ziemlich viel zum Mowelladen Da habe ich immer schön auf dem Lager Fast zweieinhalb Stunden auf dem Lager Aber ich muss sagen, das war es erstmal wieder Von mir Mit dem Blackfire Club Die nächste Folge Ich mache jetzt noch nicht den zweiten Und das dauert mir noch relativ lange Bis man da die ganzen Tränen und so hat Deswegen Und ich habe jetzt auch gerade Meine Finger tun weh Ich will bald pennen gehen Naja, noch nicht Me too Aber ich Und ja, dann sage ich einfach Bis zur nächsten Aufnahme Tschüss Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.